Hat sich Isma jetzt verwandelt in eine Katze? Ich fühle mich nicht ganz sicher. Ismas Kapitel... Äh, Ismas Labor Kapitel 5. 70 Münzen. Was ist das denn da? Das sah aus wie so ein kleiner, kleiner Zwerg. Ach, ich will das nicht sehen. Ach, schon wieder sowas. Ach, komm, gehen wir erstmal hier rein. Ah, okay. Wir haben den Wasserfall weggemacht. Wir hätten da eh nicht rüber gekonnt. Das ist gut zu wissen. Da können wir auch nicht lang. Ich wäre jetzt volle Kanne gegen den Wasserfall gesprungen. Ich hoffe nicht, dass wieder so Schwingdinger kommen. Nerven nämlich. Dezent. Hier dürfen wir jetzt wahrscheinlich den nächsten Wasserfall ausmachen. Also es muss ja irgendeinen Grund haben, dass das hier rumliegt. Was steht heute zur Auswahl? Hm. Was ist das? Achso, es ist so eine Wand. Auf jeden Fall verstanden, was ich machen musste. Wasserfall ist weg. Aber ich muss erst nochmal nach unten, weil da war ja auch noch was. Bahn frei! Lama kommt! Ach, das ist nicht dein Ernst. Jetzt bin ich hier wieder umsonst hingelaufen, ey. Ich dachte, jetzt wäre hier irgendwas Tolles. Auf den Weg! Komm schon. Okay, Checkpoint ist schon mal gut. Dann machen wir den erst mal kaputt. Was hat er denn überhaupt auf dem Kopf? Nichts hier. Nichts hier. Nichts hier. Nichts hier. Nichts hier. Nächster Wasserfall weg. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Wuhu, huu! Hey, Cusco! Rennen wir um die Wette, so wie früher? Nee! Hast du einen Cusco-Stein für mich? Ja oder nein? Bahn frei! Lama kommt! Das ist doch bestimmt ein Geheimnis einfach da in der Mitte, oder? Warum ist das hier? Das macht doch keinen Sinn. Aus dem Weg! Komm her, du Schweine, du. So. Ich habe wieder verloren. Weißt du, Cusco? Ich habe heute eine wichtige Lektion gelernt. Das ist unvermeidbar, wenn du dich mit der Magie eines Königs umgibst. Äh, nein. Ich werde mir diese Lama-Fahrräder nicht mehr kaufen. Sie taugen nicht. Ja, endlich siehst du es ein. Hey, Lama-Fahrräder sind super, aber sie sind nichts gegen das Original. Mich. Das ist die Lektion. Bis bald. Du wirst mir fehlen, Cusco. Wiedersehen. Ja, ja. Ich fang gleich an zu heulen. Es war sehr bewegend. Man sieht sich. Dankeschön. Endlich wieder ein Cusco-Kopf. Ich kann die Musik einfach nicht nachmachen, ne? Zwei Cusco-Köpfe brauchen wir. Wo kommen wir jetzt raus? Hallo? Was ist das denn? Gefällt mir aber nicht. Kontrollpunkt. Bahn frei. Hm, Bahn frei. Ist klar. Gut. Ähm. Gut. Was ist es denn? Das ist irgendwas aufgekloppt. Da ist ein Weg, da ist ein Weg. Uuuhh. Kontrollpunkt. Attacke. Attacke. Boom-Baby. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wie? Ah, da ist die Eulentür, okay. Was ist das? Achso, da kommt der Kuhmann raus, glaube ich. Gut. Dann machen wir das mit der Eule jetzt nochmal. Oh. Ich muss mich in Ruhe, du Pisser. Das ist ein respawnde Gegner. Hör mal die Fresse, Mann. Ah, da kommt der Kuhmann raus. Ich wüsste mich. Haben wir geschafft? Ich habe gesehen, auf dem Ding da oben müssen wir noch was. Ah, wir müssen alle Schalter betätigen. Okay. Oh ja, ich springe. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp. Äh. Ah. Dann noch noch auf Zeit da oben rein, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, hier ist doch, ich stehe wieder irgendwo. Oh, ey, wie das ist. Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Na gut, dann halt nicht. Geh mal wieder zurück. Ist auch okay. Mu. Ein Kruskokopper. Brauchten wir nicht zwei? Nee, ich weiß gar nicht, was wir... Wir haben ja jetzt... Mu. Wir haben jetzt hier den komischen Weg genommen. Den Eulenweg. Ah, wir sind schon wieder aus dem Eulenweg raus. Dann haben wir erstmal hier... Kontrollpunkt. Na, erstmal links. Attacke! Haia! Ah, so ist besser. Ist das ein Aufladungsraum? Das ist ein Aufladungsraum. Komm schon. Dann gehen wir hier lang. Mu. Attacke! Nimm das! Diese riesvolle Gegner sind ganz schön nervig. Ha! Tröte, tröte, tröte. Okay, da ist... Eine Eulentür. Ähm, ähm, ähm. Attacke! Nimm das! Oh. Lass mal Checkpoint wieder nehmen. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Uuuuuh. Uuuuuh. Oh, es ist zwei Moos. Attacke! Nichts oder! Es ist zwei Moos. Lecker! Nichts! Attacke! Scheiße, ich musste einmal komplett rüber. Muuuuh. Nimm das! So. Wunderbar durchgekommen. Blimm, blimm, blimm. Oh, der andere Cusco-Kopf. Booyah! Ich weiß jetzt gar nicht mehr, womit wir damit hin müssen. Oh. Auf jeden Fall in unseren Tod. So, wir haben eine schöne Abkürzung genommen. Oder war das schon hier vorne? Ach, hör doch mal auf in der Kacke. Mir ist so warm, ne? Kontrollpunkt. Uuuuh. Nee, hier war das. War das hier? Ich weiß es doch nicht mehr. Äh. Äh. Uuuuh. 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 Uuuuh.